Hallo und herzlich willkommen zu Schuh Passion TV. In unserer heutigen Folge widmen wir uns unseren Sommerschuhen aus dem Produktjahr 2019. In den letzten zwei Jahren hatten wir eine Modellgruppe nicht mehr bei uns im Sortiment und das waren die ganz, ganz klassischen Sommerschuhe. Also wenn, dann gab es noch ein paar Restbestände, aber der ganz klassische Sommerschuh war beim Hause Schuh Passion erstmal ausgestorben und kommt jetzt im Jahr 2019 auch endlich zu uns zurück. Wir reden davon halt von den Mokassins, meine ich damit, und die Bootsschuhe. Und als völlige Neuheit, Noivität im Hause Schuh Passion erstmalig dabei ist es die ganz klassische Sandale. Und über diese Schuhe wollen wir heute in diesem Video ein wenig reden, an meiner Seite Veit, und dann wollen wir einmal loslegen. Der klassische Sommerschuh per excellence wäre für den Herrn nicht etwa der Flipflop? Nicht der Flipflop, für mich wäre es der Bootsschuh tatsächlich. Ah, dann fange ich nicht, ne? Gut, nein, dann Bootsschuh. Okay, aber es ist so thematisch, würde man anfangen halt tatsächlich, man geht mit dem Mokassin los, dann über dem Mokassin wäre dann ein Loafer, die haben wir jetzt hier nicht dabei, und dann der Bootsschuh. Also insofern, ich... Wird denn nicht in die Parade fahren? Ja, dann fahre ich mal rüber und gebe dir den in die Hand und zeige dir einen unserer neuen, sieben neuen Mokassins. Und das Besondere, was fällt dir auf an diesem Mokassin? An diesem Mokassin, erstmal, was mir auffällt, ist das Innenfutter. Und das Futter ist tatsächlich, ist textil, sehr angenehm natürlich, vor allem, wenn man barfuß unterwegs wäre, wie ich es mir vorstellen würde. Und es hat auch so nette kleine Auftrauke, Anker, um genau zu sein. Richtig, schön, dass du es erwähnst, Veit, an dieser Stelle, das ist genau einmal ins Fettnämpfchen getreten, weil wir haben, Veit hat gerade noch in der Hand ein Produktionssample aus früherer Stufe. Die Endfassung sieht dann tatsächlich, wenn ihr es kauft im Laden und online, sieht das mit den Ankern so aus, dass der Anker, natürlich logischerweise, der Anker geht von oben nach unten und nicht von der Seite. Da ist ein kleiner Fehler passiert. Aber egal, der Anker ist drin, die maritimen Symbole sind also vorhanden. Der Mokassin ist ganz klassischerweise, du bist halt für den Großstadtindianer, möchte ich sagen. Für dich als Großstadtindianer zum Schleichen durch die Stadt. Mokassin-Machart bedeutet, dass halt das Oberteil, der Schaft wird einmal rumgeführt und das ist es so, woraus dieser Schuh ursprünglich halt gefertigt wurde. Ganz einfaches Modell ist halt entsprechend dann seine Haltbarkeit, kann man nicht davon ausgehen, wie bei einem rahmengenähten klassischen Herrenschuh, dass man den ein Leben lang an seiner Seite weiß, sondern der ist halt natürlichen Abnutzungserscheinungen unterlegen. Damals hatten wir, aber ich weiß nicht, ob du die Modelle noch kennst, ich weiß, du bist kein großer Mokassin-Fan, hatten wir die Sohle, der Schaft hier unten rumgeführt wurde. Und dann waren hier so eine Gummipöppelnoppen, genau, Noppenanordnung gewesen. Hab ich gesehen, ja. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, hat sich sehr, sehr schnell abgenutzt und wir sind halt in dieser Saison jetzt zurück mit den Schuhen, dass hier einmal eine komplette Gummilangsohle arrangiert wurde. Die auch, du fragst dich sicherlich, warum die hier hinten so ein bisschen weiter hoch geht. Ja, bitte. Woran liegt das? Das liegt daran, dass du in deiner Ente richtig schön nochmal Gas geben kannst und dass sich die Ferse dann halt nicht so abnutzt. Endlich. So der klassische Driver, Driver-Shoe auch. Nur das Problem gelöst, ja. Interessant. Ja, und ansonsten ist es halt einfach, was soll ich sagen, der Mokassin in verschiedenen Farbausführungen, in einem Nubuk-Leder, in einem Velour-Leder, Glatt-Leder. Es ist alles da, für jeden Geschmack etwas vorhanden und dank dieser Gummisohle halt auch mit guter Haltbarkeit gesegnet. Unglaublich. Schön. Gut, kommen wir danach zur nächsten Modellgruppe, wie du eben schon gesagt hast. Das wäre der... Die Bootschuhe? Ja. Ja, die liegen mir am Herzen, als im Norden aufgewachsener, viel mit Booten unterwegs gewesen. Und da haben wir auch zur Schule gebootet. Rumgebootet, gemotorbootet. Und da habe ich auf jeden Fall diese Bootschuhe kennengelernt, ja. Hier können wir auf jeden Fall sehen, das Innenfutter ist hier korrekt drin, die Ankerzeige nach unten, so wie es sein soll. Eine schöne Ledersohle haben wir natürlich drin. Und unten drunter dann halt diese sehr, sehr leichte Gummisohle. Noch einmal vernäht hier. Genau, mit diesen typischen Wellen, die sind so geriffelt, um dann halt eben auf deiner Yacht dort, auf diesen schönen Holzplanken dort einen guten, stabilen Halt zu haben. Ja, Grip, wie wir da oben sagen. Ja, Oberleder, Nubuk. Ja, genau. Schönes, angerautes Nubuk-Leder. Ja, wunderbar. Sieht halt toll aus. Pflegeleicht eigentlich auch noch. Was soll man sonst sagen? Hier einmal der Riemen drumherum, da kann ich schön zuziehen. Ja. Dann sitzt der fest wie eine Eins und auch in verschiedenen Farben und Ledern, ja. Ja, genau. Einmal, naja, ich würde es Kaki nennen. Hast du eine andere? Sand. Sand, okay. Sand haben wir den noch einmal, auch das Nubuk-Leder. Dann haben wir noch zwei Glattleder-Exemplare. Einmal hier sehr schön dunkelbraun. Wunderschön. Und das Gleiche auch nochmal klassisch maritim, dunkelblau. Tja, zwischen den beiden könnte ich mich kaum entscheiden. Gut. Ja, ist halt schön. Ich persönlich bin froh, dass er wieder da ist. Ich bin ein großer Bootschuh-Fan und trage diese Schuhe auch gerne abseits der Boote, weil ich bin natürlich nicht an der Küste aufgewachsen, sondern in den tiefen Brandenburgs. So viele Gewässer und Boote haben wir da nicht. Und quasi der Bootsschuh ist auch Landratten zu empfehlen. Macht einen guten Eindruck. Vor allen Dingen, wieder meine persönliche Meinung, zur kurzen Hose. So viele Schuhe bin ich der Meinung, gibt es nicht zur kurzen Hose zu tragen. Ein Mokassin ist dazu machbar und natürlich ein Loafer. Und dann vor allen Dingen auch ein Bootsschuh. Finde ich, ist das ein schöner Look, den man so präsentieren kann in den warmen Monaten des Jahres. Warum auch nicht? Ja, also Mokassins, Bootschuhe, soweit das kennen wir, damit sind wir vertraut. Kommen wir zu einer Sache, für die jetzt, ich weiß, das haben einige gesagt, wenn Schuhpäschen jetzt auch noch anfängt, Sandalen zu machen, ja und jetzt fängt dann, weiß ich nicht, Punkt, Punkt, und jetzt macht Schuhpäschen Sandalen. Ach was. Ich habe persönlich, das ist jetzt auch erlaubt, ist was gefällt. Ich persönlich würde die jetzt auch nicht tragen, ich sehe dich tatsächlich da drin, auch nicht. Aber es ist natürlich ganz klar runtergebrochen, ist es natürlich die praktikabelste Variante im Sommer, wenn es heiß ist, sich fortzubewegen mit einem nackten Fuß hier rein. Man muss sich hier keine Sorgen machen, es ist halt voll Leder. Man hat halt keine Synthetik, kein Textil. Man ist hier einfach wunderbar drin, luftig unterwegs. Man sieht hier vorne die Aussparung für den großen Zeh, dass man noch ein bisschen extra Grip hat. Also extra großen Zehbogen, ja. Ein bisschen mehr Halt hat und der Punkt ist ganz einfach, es ist schon modischer, als mit Flipflops durch die Gegend zu wandern, wenn man dann halt irgendwo an den Stränden unterwegs ist. Also ich würde jetzt hiermit vielleicht nicht die großen Wanderungen unternehmen wollen, aber ich kann mir das schon für kurze Wege, im Sommer kann ich mir das schon ganz gut vorstellen und finde gerade die Variante, wo jetzt halt diese Großzehenbereich hier nochmal so ausgespart ist, der dem Zeh Halt gibt und damit dementsprechend dem ganzen Fuß in der Sandale Halt gibt, finde ich es eine schöne Nummer. Also dementsprechend, was fällt mir noch weiter, was dazu ein? Die Fertigung ist in Portugal, das ist eine wunderbar hochqualitative Sandale, einmal in der, wie hast du es genannt, oder wie würdest du es nennen, Variante? In der Zehenhalter-Variante. Zehenhalter-Variante und in der Schlappen-Variante. Schlappen-Variante, ich hätte es den Nearly Nude genannt. Einfach nur zwei Riemen, die den ganzen Fuß bedecken. Also ich bin gespannt, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Sandale, historisch betrachtet halt lange, lange, lange Geschichte, Sandale eines der ältesten Fußkleider der Menschheit, wenn man so will. Und insofern jetzt auch bei uns erhältlich. Und ja, ich bin gespannt, wie sich die Sandale machen wird und ob ich dich dann halt im Sommer da drin sehe. Ich hoffe, bitte nicht in diesen typischen weißen Tennissocken dann damit durchs Büro zu laufen. Aber falls doch, wir machen dann ein Video, dann seht ihr es hier im Kanal. Veit Lehmann mit den Tennissocken in der Shoupation-Sandale. Wird nicht passieren. So viel dazu. Wir hoffen, ihr werdet einen tollen Sommer haben und werdet dann halt auf unsere Schuhe vertrauen und geht in den Urlaub und geht ins Büro damit oder wo auch immer hin. Schreibt es uns einfach in die Kommentare rein und Veit Lehmann kommt dann vielleicht mit. Und ja, mehr zu sagen gibt es nicht an dieser Stelle. Ihr habt Wünsche, dann auch in die Kommentare. Euch gefällt das Video, dann Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos. An dieser Stelle möchten wir uns empfehlen. Vielen Dank. Danke schön. Tschüss. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.